Nummer 161 Unser Nationaltrailer Jakob Dock und auch Christophe Brennitschek Und gleich nach dem Stau-Jaws geben sie alles Miki Holla hat in der Superposition eingegangen und hat sich glaube ich sogar an die Spitze gesetzt Wow! Wow! So Michael, bravo! Spannend! Drei Sportler Einsam mit einer Führungsgruppe Så Michael, bravo! Spannend! Fuuuue! 5-0-Jaws Saala Ja, hier wollen wir. 2 und 2 2 12 Runde Last lap Ja, gut Hopp, 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 hopp Jetzt zu applaudieren und zu klatschen Denn das ist der Sieger Winner Juniors Race Federico Ceoli Mario Bayer heute Einen weiteren Stockholplatz Zweiter in Stadeck Mario Bayer Very well done Markus Pajur Estonian National Team Er kommt aus Estland Und holt sich hier heute also In Stockholplatz Dieses Rennen ist sehr hart Ich bin sehr glücklich für diese Verkäufe Und Thanks a lot Das Rennen war hart Es war super für ihn heute zu gewinnen Great Race by you Federico Ceoli Das war so ein Lass Ja, das war so ein Lass Das war so ein Lass Das war so ein Lass Aufmerksamkeit Vielen Dank.